ARD Text im Auftrag von Funk Was? Ich kann mir das schwer vorstellen. Sie sprechen so schön? Deutsch oder was unterrichten Sie? Fahrschule. Gabi, in der dritten Reihe? In der dritten Reihe Werther. Werther. Schauen wir mal. Drück Ihnen die Daumen. Fahrprüfung fast schon bestanden. In der vierten senkrechten Straße? Lisa. Was ist das denn Neues? Gabi, es geht um Ihren Führerschein. Ich schau dir ein... Sag mal, spinnst du? Warum? Warum? Wie kommst du dazu zu behaupten, dass du blind bist? Bist du verrückt? Hab ich nicht. Hast du nicht? Die Lehrerin fantasiert, oder? Antworte gefälligst. Hab ich nicht gesagt. Schau mich mal an. Komm. Sag's. Hast du dich blind gestellt? Komm, sag's. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich tue dir nichts bestimmt. Es ist wahr. Hast du dich blind gestellt? Ja. Shit. Ich sag's. Untertitelung des ZDF, 2020